Es ist wie als wenn man Super Mario zockt, Blume kommt aus dem Block. Ui 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 würde ich mal so sagen. Ja, Kollegah meldet sich wieder, ein Lebenszeichen, ja er ist noch da, er ist noch am Start. Und zwar meldete sich der Boss der Rap-Geschichte, der selbsternannte Boss der Rap-Geschichte, muss man so natürlich nochmal hinzufügen, mit einem kurzen Statement. Und zwar ist er wieder am Start, hat sich jetzt lange nicht gemeldet, familiär gab es wohl einige Probleme, einige Disziplancen und wollte sich in den letzten Wochen, Monaten etwas zurückziehen. Natürlich auch um diesen Shitstorm ein wenig im Gras wachsen zu lassen, würde ich mal so sagen, ja. Er hat ja davor einige sehr negative Kritik bekommen und zwar hat er mit seinem, wer es nicht wusste, mit seinem Motivationscoach oder Motivationsfreund, Trainer, Dirk Kreuter eine Aktion geplant und zwar die Alpha-Offensive, meine lieben Freunde. Und zwar ging es in der Alpha-Offensive, die Langzess-Arena in Köln zu füllen mit Alphas oder werdenden Alphas. Also ich finde Motivation ist geil, aber wenn es in Richtung Ausbeutung der Leute, Ausbeutung der Fans auch geht, dann hat für mich Motivation meiner Meinung nach keinen Sinn. Ist schon klar, so eine Halle zu mieten ist natürlich teuer, aber Freunde, 2500 Euro war das höchste Ticket. Die haben angefangen mit solchen hohen Preisen, ja. Das ist einfach nur krass, das ist nicht mehr menschlich, so ein hoher Preis zu verlangen. 69 Euro war da noch im Gegensatz zu 2500 Euro jetzt im Vergleich etwas weniger, aber trotzdem 69 Euro für eine Karte, um nur jemandem zuzuhören, wie er da bla 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 macht über Motivation. Also sowas muss meiner Meinung nach kostenlos sein, kostenlos bleiben. Das kann man auch auf YouTube-Wege irgendwie über die Menschen rüberbringen, da muss man sich nicht extra solche Karten für 2500 Euro, was haben sie sich da überhaupt da gedacht, ja. Auf jeden Fall hat er sich einige Monate jetzt ein bisschen aus der Szene zurückgezogen. Auch via Instagram gab es wirklich wenige Storys, es gab wirklich wenig von Kollegen zu sehen und zu hören. Musiktechnisch war er natürlich am Start, hat mit Jigsaw einige Tracks rausgehauen und an sich denke ich mal nicht, dass Kollege aufgehört hat, auch da in der Hinsicht Musik zu machen, sondern der hat sich einfach komplett aus YouTube und Instagram etwas distanziert. Natürlich kam auch der Monat Ramadan dazu, da kamen natürlich die Fastenzeiten dazu, das hat die natürlich auch dazu gewogen oder dazu bereitgestellt, dass er da sich posiert. Ja Freunde, was haltet ihr von? Kollegah ist es immer noch einer, den ihr gerne euch reinzieht, mit denen ihr euch identifizieren könnt oder auf jeden Fall seid ihr immer noch Kollegah-Fans oder seid ihr sehr enttäuscht von diesem Rapper, würde mich mal interessieren, wie findet ihr es, dass er wieder zurückgekommen ist, würde mich auch mal interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen müsst, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder fresh reinschaltet und Peace and Out, meine lieben Freunde.